Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. What are you going to talk about? Guten Abend, meine Damen und Herren. Sommer, und ich möchte in Berlin sein. Sommer, und ich möchte mitten drin sein. Sommer, und ich möchte in Berlin sein. Sommer, und ich möchte mitten drin sein. DDR-Ministerpräsident de Maizière und US-Präsident Fusch treffen sich am späten Nachmittag in Washington zu einem Gespräch über die deutsche Vereinigung. Es ist doch nur, es ist nicht mehr so, wie's war. Sommer und ich möchte in Berlin sein. Sommer und ich möchte mittendrin sein. Sommer und ich möchte in Berlin sein. Sommer und ich möchte mittendrin sein. Berlin ist eine Mauerlos, sie haben es geschafft. Berlin ist plötzlich riesengroß, praktisch über Nacht. Keine Zeit für viele Fragen, das ist ein Problem. Alles kommt von heut auf morgen und das muss so weitergehen. Denn eins ist sicher und sonnenklar. Wichtig ist doch nur, es ist nicht mehr so, wie's war. Sommer und ich möchte in Berlin sein. Sommer und ich möchte mittendrin sein. Sommer und ich möchte mittendrin sein. Sommer und ich möchte mittendrin sein. What are you going to talk about? Komm mal, ich möchte in Berlin sein Deutschland, die Einheit, Deutschland, die Einheit Komm mal, ich möchte Michael Gorbatschow